Du bist nicht so gut, wie es weitergeht. Jo, hi, zurück zu The Walking Dead. Wir haben ja letztes Mal Duck verloren. Das war jetzt nicht so nice. Jetzt müssen wir mal hier besprechen, wie es weitergeht. Oh, Duck. Ich dachte, der andere heißt Duck. Sorry. Oh, gebissen. Was passiert während der Krieg. Er wird sich zurück. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht. Was wissen wir wirklich? Keiner von uns sind. Wir wissen nicht, was der Zeit ist für eine Kindheit. Wir wissen nichts. Ich werde ihn monitorieren und fokussieren auf der Schmerz und sehen, ob seine Situation verändert. Wir halten den gleichen Plan, wenn etwas verändert. Westen. Leute. Was haben wir noch? Wir haben ja auch noch eine Sache gemacht. Wir haben ja noch eine Sache gemacht. Wir wissen, dass du das nicht verletzt hast. Wir wissen, was du nicht verletzt hast. Wir wissen, was du nicht verletzt hast. Das ist nicht gut gelaufen beim letzten Mal, das ist nicht gut. Das ist doch Dark, also irgendwie heißen die alle Dark. Achso, der eine ist Dark und der andere ist Dark, ja genau, okay, sorry. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich habe nicht, aber. Danke. Ja, crazy situation. Alter, umsinnig, ich habe geschlafen. Junge, 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 mehr schlafen, Leute. Wohin, Junge, Junge, Junge. Hmm. Jetzt müssen wir mit dem. Oh. Come in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Cat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hun. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned Lokomotive? Hadn't crossed my mind. Okay, let's mal gucken. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. You've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Hmm. Hmm. You, uh, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. Wow. Kann man alle anklickern? Okay. Lass mal gucken. Hmm. Nothing. Ah, die Schlüssel kann man glaube ich gebrauchen, ne? Was haben wir noch? Crazy Rodzange. Achso, man kann nur eins zur Zeit. Okay. Okay. Na gut, dann machen wir es erstmal zu. Okay, und die hier? Nix. Nix. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Knuff. Knuff. We got to look him over. Yeah. Ho Chi Minch. I don't think this guy came back. Christ. E olha. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just a break. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? Mr. Amtrak, okay. Tja, das war wohl mal, ne? Das war ja jetzt... A bunch of maps about Georgia's cities, nothing about the train. Hey, Ken. What's up? Okay, lass mal gucken, ob wir es finden. Also, wir haben halt draußen natürlich die Engine... Achso, hier, okay. Tja. Äh, wir brauchen einen Stift, das kann doch eigentlich Clementine machen. Die Train. Shit, this is it. Instructions on starting the Engine. Damn, pages are gone. I can kinda see the indentations from the writing. da kommen wir nicht weiter aber wir können doch mal in den Waggon rein oder da ist der Block oder oder ein anderer Block zumindest Wie und der Lookout und habe ich gerade okay 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 Nee raus gehen wir glaube ich noch nicht. Lass mal mal ein bisschen gucken. Okay That's it Wo sind die hin? Auf der anderen Seite oder was? Okay aber muss das irgendwie abkriegen vielleicht geht's ja. Aber nicht mit dem Ding. Okay also brauchen wir das andere Zeug. Also wir brauchen das andere. Aber was war da drin? So eine Rohr Ding, Schlüssel und irgendwas anderes noch was ich vergessen habe. Wir kommen wieder raus da hinten. So war der erste oder der zweite weiß ich jetzt schon nicht mehr. Da war der Engine Starter und hier war das Ding drin. So wir brauchen wahrscheinlich das Teil hier ne. Pluck, okay. Okay. MORE Das ist 48 Das wird Das wird Wichtig Das wird Das wird Das ist Das ist Ich hätte jetzt gedacht das würde damit gehen. Kann ich hier noch was machen, hier unten? Okay, cool, das ist es auch nicht. Wo sind die denn? Sind die hier irgendwo? Oder im Auto? Weiß ich gar nicht. Ne, im Auto sind die nicht, ne? Hey, Lilly. Lilly. Ich sitze hier, wie ein Tier, während ihr euch entscheiden, was mit mir zu tun. Und ich mag das. Und was ist es? Tja. Ah, nicht raus. Komm, wir wollen nochmal, gehen wir nochmal rein. Vorne ist da vielleicht irgendwas, was wir mit dem Könnenstift oder so. Okay, sehr gut. Ich könnte dich töten. Ich hatte dich, während du rummagellt in der Front da. Ich weiß, dass du, was du getan hast und ein Teil von mir verstehst. Aber die andere Seite sieht dich mit deinem Back zu mir und weiß, dass ich dich töten könnte. Ich muss gehen. Das ist besser. So, wir müssen den Zug zum Laufen kriegen. So, wir müssen den Zug zum Laufen kriegen. Let's focus on the train. Da kriegen wir weiß. So, lass mal rüber gehen, dass sie wenigstens hier was zu trinken kriegen. Hier. Felt some water. Ah, danke. Perfect. Er ist allergic zu beehren. Ist das richtig? Das ist alles, was ich immer daran denken. Was, wie, das matters. Es geht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich nicht. Aber du hast bestimmt. sûr wir fangen ein notebook that we think might have had some starter directions on it but the page is missing Well, I'm sure you guys will figure it out Hey sweet pea you okay out here Bitte so low Okay, lass mal gucken, dass wir rauskriegen, wie wir das Ding da ankriegen. Nee, nicht da. Sorry, hier. Na komm rein. So, dann kürzeln wir da mal. Okay. Was zur Hölle? 65499? 6599. Okay. Es geht um das Ding hier, oder? Okay. No, 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 no. Zurück. Also, kluck, kluck, tuck, tuck. Äh, drei, vier, fünf, sechs. Okay, gucken wir mal, oder? Also, sechs. Äh, was, was? Die beiden müssen rauf. Die beiden, nee, oder mussten die runter? Scheiße, muss gleich nochmal gucken. Und da rauf, runter, rauf, ne? Genau andersrum meine ich nämlich. So rum, das muss rauf, das muss runter, der muss rauf, oder? War das nicht so? Und die beiden hier müssen runter. So. Okay. Jetzt lassen wir mal zurück, ähm, nochmal kurz auf das Ding gucken. Das war 65, muss quer und hoch, okay. 3, 4, 5. Nee, das ist 6, sorry. Ach, alter. Quer. Hm. So, das war das. So, 9. Einmal nach links drehen, einmal nach rechts drehen, okay. 8. Okay. 7, 8. 2, 5. Por merch. 10, 8. So, komm, wo ist ein neun? Das musst du hier jetzt irgendwo sein. Alter! Oh. This door's gonna hurt. Kids don't like those. Yeah, I thought those things were designed to save lives. Autschi, Mensch. So, der ist kaputt. Okay. Sonst noch was? Kann jetzt nicht um das Zeug gegangen sein. Okay, Tür zu. So. Gehen wir da mal wieder rauf. Wo ist denn der neuen Klick-Klack-Ding? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Der muss doch hier drin sein. Das ist jetzt nicht irgendwo außerhalb, oder? Das ist 8 und 7. Der muss außerhalb sein, oder? Das ist hier vorne vielleicht übersehen. Dass es nicht nur den An- und Ausschalter gab. 9. Okay. Das heißt... Ah ja, okay. Verstehe. Moment mal. Da steht jetzt nichts was, ne? Nur 9. Einmal nach links, einmal nach rechts. Okay. 9. Fluck. Holy shit! We're golden! Ja, die hängt da hinten garantiert, oder? Wir haben eigentlich alles ausprobiert an Werkzeug. Lassen wir vielleicht noch mal gucken, ob wir das mit der anderen noch hinkriegen. Der Rohrzange. Ne, ich wollte die Rohrzange, mein Hase. Ja, vielleicht kann die einfach mehr ab und wir kriegen das damit locker hinten. Mal ausprobieren. Auch nicht. We need a bunch of forests to break away all this rust and whatnot before we find it. We need a bunch of forests to break away all this rust and whatnot before we find it. We need a bunch of forests, okay? Hm, 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 hm. We need a bunch of forests to break away all this rust and whatnot. Hey, Swoopy. You okay, Adi? Okay, so. I don't think Doug feels good. Help me neither. Okay, komm, dann probieren wir mal einfach loszufahren, oder? Was ist jetzt die Idee? Wird natürlich nicht gehen, denke ich mal, oder? So, jetzt brauchen wir aber doch den Spezialschlüssel, oder? Weil das kann ja nicht... Ja, lass uns ruhig mal den Spezialschlüssel nehmen. Wo ist das jetzt hier? Das ist diese Tür. Ja. Oh, okay. Gits, gits. Okay. Wird alles einsteigen? Okay, wieso sehen wir das jetzt hier? Ja? Wo bist du? Du bist das? Wer ist das? Das Mann, der auch das Schmuck. Ich glaube, es ist nicht schlimm für einen Ort. Wer ist es? Der Name ist Chuck. Charles, wenn du es interessiert. Lee. Das ist deine Crew draußen? Ja. Und der Typ in der Kaffee? Er auch. Ich sehe dich durch hier. Und ich dachte, dass du die Hände ausfüllen kannst. Was? Aber ich konnte mich nicht mehr so machen. Du bist immer noch ein bisschen nervös. Die Drainfolk machen das. Ich habe schon alle draußen kennengelernt. Sie waren alle mit mir schnell in der Sonne. Die Drainfolk machen das. Du kennst Chuck? Ja, ich habe. Es ist so schön, zu treffen jemanden normal für eine Veränderung. Er hat uns Kandy, Ben auch. Willkommen. Danke. Ja. Du bist Kandy? Ich bin sicher. Der Mann hat meine Liebe mit dem Weg. Das ist sicher. Ich bin sehr entschuldigt, dass dein Kind nicht gut fühlt. Ich empfiehlt dich, Herr. Ja, mit einem kleinen TLC, ich bin sicher, dass er nicht so gut wird. Und ich kann euch allen was, was ich habe. Ja. Aber es ist nicht viel. Danke. Wir wollen das gleiche machen. Warum halten wir uns auf das? Bleib mit uns. Wir wollen die Firma. Ja. 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 Okay. Okay. Ja. I want to hear any nonsense until we get where we're going. Auf geht's. Cool. 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 Can you just get that off his face please? Nicht gut, das ist jetzt nicht gut. Nicht gut, das ist nicht gut. Ach, Junge. Ich bin mit deinem Freund. 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 No, it should be a parent. No parent would have to do something like this. He's right, Kat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. I don't know. I don't know. We'd be doing this family a great service. Why don't we take him into the forest so Clementine doesn't have to see? Yeah. Give us a moment to say goodbye. Give us a moment to say goodbye. Give us a moment to say goodbye. What's happening. What's happening? I'm gonna take care of Duck. I thought he was going to die. I'm putting him out of his misery. I'm putting him out of his misery. I'm putting him out of his misery. Oh. It'll be fine. It'll be fine. It'll be fine. It'll be fine. Kat, Kat, Katja! Warum, Kat? Honey, oh fucking god! Still have to deal with Duck. What do we do? Give me the gun, Kat. I'll do it. What's for a shit? I'm so sorry, Kiraav时, true of a love capitalism. Don't you 40 minutes. Du willst, Tom? Uh-uh. Du, uh, verstehst du, was passiert? Ja. Okay. Was denkst du? Was Chuck sagte. Was Chuck sagte? That what happened to Duck would happen to me. The fuck he did? Swear. Sorry. I'm gonna go tuck some sense into him. Don't be mad. Hey. How you doing? I don't care what reasons you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Oh, she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? I'll figure it out. Well, get to figuring, because it'll be on top of us before you know it. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you, it won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for a crime, and he cut that hair. Like a gun. Are you kidding me? What? She's too young to handle one? They're ain't too young. Not anymore. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. Find some scissors in my pack, and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plant, a haircut, and a gun. That's good advice. It's something. You have any family? Out there, somewhere. Been sort of on my own for the past, oh, 14 years now. Sorry to hear that. No one to blame. Be safe up here. You betcha. Tja, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück, wa? Haare schneiden. It's full of maps and documents. Hey, man. You and me, we, uh... Oh, fuck it. Let's just get to the ocean. Okay, doki. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal eine Pause. Genug Drama, glaube ich, diese Session. Mehr dann beim nächsten Mal, okay? Okay, also, bis denn, ciao. Vielen Dank.